Hallo liebe Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Matter. Oh, hier ist ein Schießfach. So, ein Huch. Da war noch ein kleiner toter Babycrawler. Ja, das ist nur... Nur Fake. Gut, wir haben ein Medikit noch. Wir gehen in Maschinenstation 2 rein. Da sehe ich gleich einen versperrten Aufzug. Sicherheitsschlüsselstufe 1, Sicherheitsschlüsselstufe 2 benötigt. Nano-Ihrläufer, beschaffe den Munitionsplan. Na dann, her damit. Na, den haben wir auch mit, wa? Oh, da war jetzt gleich eine Station. Dann waren da ein paar mehr Medikits. Die Waffe brauchen wir jetzt gerade aktuell nicht. Also, keine Munition dafür. Wir haben genügend... Wo zum... Diese Maschinenstation produzierte Teil der Endeavor, um ihren Hunger nach Maschinen zu stellen. Seltsam, dass es immer noch laufen soll. Strange, strange. Beschaffe den Munitionsplan. Schon tot war? Ne, doch nicht. Die Hitbox finde ich nur allzu albern. Treppen, äh... Der natürliche Feind der Aliens. Menschliche Treppen. Na, noch einer? Ne, aber ein Aufzug. Dammit, jetzt geht's nach oben und nach unten. Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll. Ich weiß nicht mal, wo das Ziel ist. Zum aktivieren klicken, habe ich da gemacht. Eine Maschinenstation ist hier für ein Verletztziel. Erstmal... Äh... Ebene 2. Langsam von 1 nach... Maximum. Das war auch richtig gewesen. Hier gibt es keinen weiteren Weg. Außer vielleicht hier lang. Aber vielleicht kann man das echt nur von der anderen Seite öffnen. Ich habe leider nur noch, äh... 40 Leben, aber ich bin zu geizig für den Midi-Pack. Turn of Light. Naja, entspannt euch. Das heißt, ganz wichtig auf den Dingern dürfen wir nicht schießen. Zu geizig. Ah, komm. So, die machen exakt 75 Damage. Das heißt, wenn ich jetzt, äh... Ja, dann töten wir mich. Na, ich nehme mir schon alles mit. Kein Thema. Auch ich kann das, meine Lieben. Mir eure... Aliens zunutze machen. Ja, ich habe immer so einen Speicherfimmel. Wer kennt ihn nicht? Die Endeavor war nicht weit weg von der Wolke, als die Angels herausströmten. Sie flossen komplizierte Muster in das Gewebe der Nacht, als sie im Bogen auf uns zuflogen. Die Welle des Lichts. Wo ist der Crawler? Oh, oh, da... Habt ihr es gerade im Hintergrund gesehen, dass da ein riesiger Käfer langgekrabbelt ist? Okay, der natürliche Feind, der... Der Crawler ist einfach, äh... Unebenheit. Ja, also... Verschiedene Ebenen. Komm her. Mach die Luke auf. Oh oh. Es ist völlig egal, dass viel... Egal, was du tust. Das System weiß, wo du hinspringst und... Ähm... Ist das dumm. Oh, stirb, du Mistvieh. Na, ich glaub schon, dass ich da hinten gesehen habe. Leider heilt man sich dadurch nicht, wenn man... Saved. Das, äh... Fände ich noch ein geiles... Äh... Feature. Dass man sich heilen würde. Ich lerne von euch Crawlern. Ja, wir sind, äh... Gut dabei, aber ich glaub, das ganze Zeit kostet auch enorm viel. Aber ich find's ganz cool, dass man sich die Munition und so weiter so craften kann. Na... Ah, ah. Ah, da seh ich doch hier. Ah, da seh ich doch was. Ich würd die ganz ehrlich, äh... Ehrlich gesagt auslösen. Ich... Aber ich hab ja gar keine... Oh, ich hab ja gar keine Station. Okay, ich hab gespeichert, ist okay. Wenn ich sterbe, dann ist es so. Alle Kameras in dieser Station sind kaputt und dennoch zeigen meine Bewegungssensoren kurven mit atemberaubender Komplexität. Was siehst du? Kurven? Ich seh wahnsinnig... Ich seh ein Big Cousin. Na, komm her. Na, schade, er löst die nicht aus. Das ist ja bedauerlich. Na, komm. Du dickes Ding passt da nicht durch. Ach, mach's mich irre, äh. Schade. Das wäre optimal gewesen, um das auszulösen. Bedauerlicherweise leider nicht. So, ist hier noch was? Na. Was? 350 Full-Leeren hat er, der Tentakel. Oh. Das brechen wir in der FPS aber ein. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Da kam echt ewig keine Crawler mehr raus, was denn... aus den Dingern. Jetzt haben wir ja schon, äh, auch im Hinter- und Vordergrundgegner. Soll ich hier eigentlich auch schon hin? Ist die Frage. Ich mein, eigentlich, äh, wollte ich ja nur anders erkunden. Aber irgendwie... Äh, bin ich jetzt hier gelandet, oder? Ähm, ah, okay. Guck mal, das ist ein bisschen größer. Äh, äh. Ja, guck mal hier. Ich scrolle versuch, äh, ich scrolle auf andere Richtungen. Aber hier ist überall Ende. Gigantisch! Ding! Ziemlich wie der Safe-Poist war. Open Door. Türsteuerung. Er wird Deutsch und... Englisch vermischt. Okay. Wie sie Bock haben. Na, rechts vielleicht was. Oh Gott, ich bin so tot. Ich will nicht weiter. Ja, ich sollte vielleicht auch mal, äh, mehr die, äh, Schrotfette benutzen. Tatsächlich. Nicht immer nur so geizig sein. Catch-Control. Äh. Widerlich. Ich hab kein Medipack mehr. Ich brauch wieder eine Handelsstation. Wird ziemlich knorke. Kann man rüberjumpen, denkst du? Ich kann wahrscheinlich ja runterspringen, aber... Hm. Ich seh halt nichts. Es dauerte siebzig Jahre, dich in den Mannschafts-Lagern zu finden. Siebzig Jahre lang habe ich nur in der Tier der Software georbertet. Und diese hundlosen Persichten beobachtet. Eigentlich wollte ich wieder hochspringen, aber irgendwie wird das gerade nichts mehr. Das erste Mal, ich seh, dass die Viecher angreifen. Hm, ich weiß nicht, ob die Rock gespeichert wird. Aber es gibt mir erstmal Sicherheit. Ich will nicht. Okay, ist mein Babycrawler. Ja, eigentlich wollte ich damit sagen, ich nehme die Pistole, aber... Na gut, dann nicht. Alter. Kann ich dann nie wieder hoch, oder? Ich bin doch nicht total verloren in den Untiefen dieses Schiffes. Oh, ein Speicherpunkt. Eine Handelsstation wäre mir irgendwie lieber. Mal einen zu kriegen, ich laufe ja erstmal irgendwo lang. Safe ist auf jeden Fall, dass wir überall eine Karte holen werden. Und wenn wir keine Karte haben, dann haben wir es noch nicht geschafft, den Bereich. Oh, da haben wir eine Stationen. Nehme ich. Nehme ich, nehme ich. So, ein paar mehr Kugeln, wieder ein paar Bullets. Alla. Ich habe ja keine Ahnung. Also, auch wenn meine Orientierung grundsätzlich gut ist, sehr gut, gibt es hier... Cooles Vieh. Wie heißt du? Ähm... Bitte? Sieger? Ist das Vieh gerade von links gekommen? Rechts reingelaufen und von links gekommen? Tatsächlich so, dass es, äh... Weiß nicht, wie sie nenne ich das? Phasenverschiebung? Oh. Ja, jetzt macht es sich bereit. Was ist das ekelhaft Zika, ja? Jetzt kommt es gleich von links wahrscheinlich wieder. Ähm... Ups. Ich wollte R drücken. Ich habe keine Medi-Picks mehr, oder? Und auch eins habe ich noch. Ähm... Phasenverschiebungen laufen rechts rein. Das ist wie Berndtas Brot. Laufen rechts rein und nichts wieder raus. Kann auch nicht jeder. Naja, nehmen wir doch jetzt immer zu viele mit. Naja, gut Leute. An der Stelle würde ich sagen, machen wir ein kurzes Peuchchen. Sehen Sie uns in der nächsten Folge wieder von Dark Matter und bis dahin. Ciao.